JAPANOSCHLAMPEN JAPANOSCHLAMPEN Erleben schlampige Abenteuer Total schlampig JAPANOSCHLAMPEN Schlampig gezeichnet, schlampig animiert Total stumpfe Anime-Scheiße JAPANOSCHLAMPEN MOVIE Nummer 2 Das ultra grausige Geheimnis der abgefuckt horrormäßigen Monsterstadt JAPANOSCHLAMPEN JAPANOSCHLAMPEN Was ist los, warum freust du dich nicht? Zawake findet die Schule toll, immerhin ist sie die beste Schülerin Die Bastard Oh, mein Handy Die Bastard Ich bin auf dem Weg nach Hause, Okasan, bis gleich Ich weiß einfach gar nicht, was ich in den Ferien machen soll Was habt ihr denn so vor? Ich werd die ganzen Ferien über mein neues Pokémon-Spiel spielen Pokémon Steingrau Und dann dasselbe Spiel nochmal, aber mit anderen Pokémon Pokémon Staubgrau Das wird der absolute Knaller Tja, also mein Terminkalender ist auch ziemlich vollgestopft Also als erstes muss ich ein paar Tage in Einsamkeit heulen Und dann muss ich sehr viel Computerspiele spielen, um mich von der Einsamkeit abzulenken Oh, und dann muss ich noch voller Selbstmitleid verwahrlost im Bett liegen und nichts tun Den Termin kann ich echt nicht schon wieder verschieben Ach, ich dachte wir könnten mal verreisen oder so Kommt mit zu mir, dann zeig ich euch die Reisebroschüren, die ich besorgt hab Hier, wir könnten nach Deutschland und den Schwarzwald anschauen Oder nach New York und shoppen gehen Oder in die Karibik und Cocktails am Strand schlürfen Oder ihr fahrt nach Fischköp Coast Sein Vater war zumindest oft dort in seiner Kindheit Was gibt's denn in Fischköp Coast? FISCH! Und eine interessante Felsformation Äh, das klingt... Super! Da müssen wir hin! Auf nach Fischköp Coast! Felsformation, Felsformation, Felsformation! Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Ja... Meine Okasan hat uns für die Fahrt Reis, Reisbällchen, Reisdreiecke, Reiswürfel, Vierdimensionale Reishyperwürfel und ein paar Deprisonen eingepackt! Es kann losgehen! Es fährt ja überhaupt gar keine Bahn nach Fischköp Coast Das ist hier im Fahrplan auch gar nicht als Haltestelle vorhanden Es ist nirgendwo eingezeichnet, es ist auf der ganzen Welt gar nicht vorhanden Wollen Sie diesen Globus kaufen? Oh nein, nein, ich guck mich nach oben Globusse! Hier gibt es Globusse! Wie kann sich so ein Laden hier halten? Drei normale Globusse, ein mit Sesam und ein Glubagel mit Käse Ja, bitteschön, der Herr! Danke, Sie haben echt die besten Globusse! Oh mein Handy! Hallo? Waki, ich hab grad gemerkt, uns sind die Globusse ausgegangen Du musst dringend neue kaufen! Okay, ich bring welche mit, wenn ich wiederkomm, Okasan, bis dann! Kommt, wir gehen bald zum Infoschalter Entschuldigen Sie bitte, wir wollen nach Fischköp Coast Welche Bahn müssen wir da nehmen? Da fährt keine Bahn hin Aber wir wollen unbedingt nach Fischköp Coast! Ihr könnt den alten Bus nehmen, der in einer Minute fährt Ok, können wir dann bitte ganz schnell Karten dafür haben? So, ich muss sie mir nur mal eben diesen schönen Poesiespruch ausdrucken Und unsere Karten? Gib's direkt beim Busfahrer Ahhhh! Da ist der Bus! Schnell rein! Oh, noch geschafft! Drei Fahrkarten nach Fischköp Coast, bitte! Yeah! Ich muss euch warnen, die meisten, die mit diesem Bus nach Fischköp Coast fahren, fahren nicht wieder zurück! Entschuldigung, das Lachen war so ansteckend! Pischköp Coast wird super lustig! Jaaa! He 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 ha! Pischöp Meanwhile Ha 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 He he! Träuer Endstation Wow, hier ist es echt. Wie ausgestorben. Wo sind denn all die Menschen? Eine mysteriöse Seuche hat viele dahin gerafft und die, die sie überlebt haben, sind so grauenhaft entsteht und hässlich, dass die weggesperrt werden. Und sie laufen frei rum. Entschuldige bitte mal, ich bin der Schönste in der Stadt. Wenn ich nicht gerade Bus fahre, dann bin ich Unterwäschemodel. Oh. Oh. Sieht man, da ist doch ein Mensch. Komm her, Django. Ja, bravo. Los, gehen wir ihm hinterher. Oh, wie schön, hier scheint ein Markt zu sein. Frischer Fisch. Hier gibt es frischen Fisch. Alter Fisch. Sehr, sehr alter Fisch. Hi Kinder, wollt ihr einen Fisch am Stiel? Wir haben auch Softfisch und Fisch wie Sahne. Äh, nein danke. Dann doch lieber eine Kugelfisch. Oder einen Kugelfisch. Wir haben hier Unmengen an Fisch in Fish Cup Coast. Das sehe ich. Was kann man denn hier so machen, um Spaß zu haben? Ach, alles Mögliche. Geht schön einkaufen oder was leckeres essen oder ins Casino. Ihr könnt doch da drüben mit der Krake Karussell fahren. Hallo, wollen wir zusammen fahren? Gibt doch was, was nichts mit Fisch zu tun hat. Ja, der Juwelier. Denn wenn wir etwas genauso viel haben wie Fisch, dann ist es Gold. Oh, lass uns da hingehen. Wow. Was für abgefahrene Sachen aus Gold. Guckt mal, die Krone da. Sieht aus wie von einem Meereskönig oder so. So hübsch und doch irgendwie gruselig. Lasst die Finger davon, Kinder. Verschwindet, solange ihr noch könnt. Hey, ich verzieh dich. Tut mir echt leid, Leute. Wer oder was war das gerade? Niemand. Hey, interessiert ihr euch für meine vergoldeten Fische? Oder für meine verfischten Goldstücke? Oh nein, wir gehen jetzt besser. Was war nur dieses Ungeheuer? Vielleicht einer dieser verseuchten Menschen, die sie wegsperren. Da ist eine Spur. Wie, wie eklig? Was ist das? Was immer es ist, es ist super gruselig und schleimig und stinkig. Wir sollten auf keinen Fall hinterher gehen. Okay, hinterher! Da, die Schleimspur führt zur Küste. Vielleicht ist es eine Mörderschnecke. Oder ein lebendig gewordener Wackelpudding. Oder ein riesiger Aal. Hey, ich hab auch einen riesigen Aal. In meiner Hose! Ja, ich auch! Ein Aalbrötchen vom Fischmarkt hab ich vorhin gekauft. Was meintest du denn? Kenn ich! Da ist das Monster! Hey! Wer sind sie? Erkennt ihr mich denn nicht? Meister Fuzzi! Ich wollte Wackelpudding. Aber was ist mit ihrer Stimme los? Ach, ich bin nur ein bisschen erkältet. Der Lebertran wird zwichten. Ach, schon viel besser. Auch ein Schluck. Huch, hier hab ich aber rumgeplört. Machen Sie auch Urlaub in Fischcup Coast? Nein, ich verbinde mit diesem Ort nur Traurigkeit. Ich bin hier, um das Grab von Mrs. Fuzzi zu besuchen. Ihre Frau ist hier gestorben? Nein, meine Privatjacht. Ich bin vor Jahren mit ihr an dieser verdammten, interessanten Felsformation aufgelaufen. Felsformation? Yes! Früher war das richtig schön hier und die Leute haben alle normal ausgesehen. Und dann hat sich alles verändert. Ja, die Seuche muss schrecklich gewesen sein. Oh, das war keine Seuche. Hör zu, ich kenne das Geheimnis und ich erzähl euch jetzt die wahre Geschichte von Fischcup Coast. Alles hat damit angefangen, dass im Jahre 1844 ab heute mal gesagt, dass man Metalldrähte zu hellen Glut bringen kann. Tja, und so wurde die Glühbirne erfunden. Und was ist jetzt mit der Geschichte von Fischcup Coast? Scheiße, ich bring immer alles durcheinander. Moment, hier hab ich's auch aufgeschrieben. Fischcup Coast und seine Einwohner waren früher ganz normal, nur etwas arm. Sie betrieben eines Tages Handel mit einem Inselvolk, was ganz viel Fisch und Gold hatte, aber an komische Meeresgötter geglaubt hat. Das Inselvolk sagte, glaubt doch auch an unsere Götter, die schenken euch Gold und die Fische schwimmen in Scharen zu eurer Stadt. An einer interessanten Felsformation wurden also plötzlich diese komischen Meeresgötter angebetet. Und plötzlich kamen viele Fische nach Fischcup Coast. Aber auch ganze Herden von Seemonstern sind gekommen. Sie haben alle getötet, die sich ihnen nicht unterwarfen. Deshalb gibt es in der Stadt zu viel Fisch und alle Leute sehen komisch aus. Das ist keine Seuche. Das sind die Kinder der Seemonster, die sich mit den übrig gebliebenen Menschen vereint haben. Hä, wie soll das denn gehen? Pass auf, Kleine, wenn zwei Fische sich ganz doll liebhaben und ein Kind wünschen, dann kommt der Storch und bringt 10.000 und die Eltern sterben, weil sie von Bären gefressen werden. Also überlegt euch gut, ob ihr Kinder haben wollt. Das ist eine große Verantwortung. Okay. Alles, was lebt, kam mal aus dem Wasser. Es braucht nur eine kleine Veränderung, um wieder zurückzugehen. Die Stadt ist nicht verlassen. Die meisten Bewohner haben nur den Wohnsitz gewechselt. Alle, die das Geheimnis kennen, müssen ein Eid auf die Götter schwören, sonst werden sie umgebracht. Man muss schwören, dass man niemandem etwas erzählt. Habe ich auch gemacht. Aber sie erzählen uns doch gerade das Geheimnis. Ach, Scheiße! Ah! Auch euer Leben verschwindet aus dieser Stadt! Ah! Herr Busfahrer, wir würden jetzt gerne wieder nach Hause fahren. Oh, tut mir leid, wir können heute nicht mehr fahren. Der Busch hat einen Reifenstaden. Dann rufe ich meine Okasan an. Sie sollen uns abholen. Komm! Oh nein, ich habe keinen Empfang. Ja, unser Handysendemast ist auch kurzfristig ausgefallen. Hier muss doch irgendwer ein Auto haben. Ja, ich habe ein Auto. Ich würde euch ja gerne mitnehmen. Aber eine Schwertfischfamilie hat darin ihr Nest gebaut. Oh, wie süß. Warum sind hier so viele Schwertfische? Hey, da drüben stehen drei niegelnagelneue Fahrräder. Ja, damit können wir fahren. Nein, wartet! Es sind keine Reflektoren zwischen den Speichen. Das ist nicht verkehrssicher. Damit können wir auch nicht fahren. Klar, dann müsst ihr wohl die Nacht in Fischköp Coast verbringen. Ach man, ihr Lachen ist so ansteckend. Ihr könnt ruhig bei mir übernachten. Ich habe ein Gästezimmer. Mit vor drei Jahren frisch bezogener Bettwäsche, einer fast funktionierenden Glühbirne und Ausblick auf einen schmutzigen Hof. Und damit euch nicht langweilig wird, hier eine alte mit Fliegen beschmutzte Zeitung als Entertainment. Gute Nacht! Na ja, eine Nacht werden wir ja wohl überstehen. Habt ihr das gehört? Ja, ich habe gepupst. Ich dachte, das hört man nicht. Ich habe die Musik extra laut gestellt. Nein, das meine ich nicht. Mach die Musik aus! Das hört sich an wie ein Tier. Ein großes Tier. Wo kommt das her? Ich glaube, es ist im Flur. Schnell, schließ die Tür ab! Es geht nicht. Der Schlüssel ist nur gezeichnet. Und zwar ziemlich schlampig. Dann müssen wir sie verbarrikadieren. Perfekt. Wir müssen hier raus! Peter, das Ding ist vor der Tür. Schnell, wir können aus dem Fenster auf das Dach da springen! Sind wir nicht im Erdgeschoss? Okay, wir müssen raus aus der Stadt. Notfalls eben zu Fuß. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Hallo! Da ist der Marktplatz. Wir haben es fast geschafft. Aber da stehen Fischcup-Leute. Die dürfen uns nicht sehen. Ich wette, die stecken alle unter einer Decke. Dann müssen wir uns so unauffällig und lautlos wie Ninjas bewegen. Ja, es kommt schon! Was war das? Miau, miau. Ach, das war wahrscheinlich nur eine harmlose kleine Robbe. Miau? Robbe! Hallo, ich bin ein Fisch! Was macht er denn da? Fische, Mann! Yeah! Woo! Fische! Yeah, Fische! Wie, wer war denn das? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich mache den Job nur fürs Geld. Wer du bist, weiß ich auch nicht. Aber wir arbeiten seit zwei Jahren zusammen und du warst auf meiner Hochzeit. Da gab's guten Kuchen. Blä, 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 Fisch! Super, plan dich als Fisch zu verkleiden, Es. Plan? Los, verschwinden wir hier! Da ist das Ortsschild. Yes, wir sind raus aus Fischcup-Cost. Jetzt müssen wir nur noch über diese lange, baufällige Brücke. Die direkt übers Meer führt. Oh, nein! Jetzt haben wir sie, was sie nicht entkommen! Waki, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den alles zerstörenden Todesstrahl einzusetzen. Das geht nicht, den kann ich nur benutzen, wenn ich sehr wütend bin. Los, mach mich wütend! Ich hab deine Lieblingslocke abgeschnitten. Waki, ist etwas Schlimmes passiert? Es ist etwas mit ihrer Lieblingslocke passiert. MEINE LOCKE! Ich schneide meine Locke ab, du Arsch! Ja, es hat geklappt. Das wird sie nur für einen Moment aufhalten. Knell über die Brücke! Hallo! Hallo! Haha, ciao! Auf nimmerwiedersehen, Fischköpkoos! Wartet, was, wenn noch mehr Leute auf die Idee kommen, hierher zu reisen? Um das zu verhindern, sollten wir die Brücke zerstören! Oh nein, die Monster kommt wieder! Schnell beeilt euch! Es geht nicht! Ich hab eine Idee! Selbstsicher, Sparrow und aktivierter! Mach's gut, alter Freund! Sayonara! Ich wusste nicht, dass Gameboys sowas können! Danke für dein Opfer, Ass! Nun haben wir beide etwas Wichtiges verloren! Ich meine Locke! Und ich mein Gameboy! Und Chao hat gar nichts verloren! Du hast mir einen Zahn ausgeschlagen! Und ich hab meine Eltern verloren! Damals war ein Graushaubunfall! Das interessiert niemanden! Komm, wir gehen jetzt nach Hause! Aber vorher muss ich noch etwas Wichtiges erledigen! Ach, so gut wie neu! Und meine Nägel haben sie auch gleich gemacht! Jetzt können wir nach Hause! Halt, ich habe auch noch was zu erledigen! So gut wie neu! Und meine Nägel haben sie auch gleich gemacht! Wozu das gut ist, weiß ich auch nicht! Okay, jetzt gehen wir alle nach Hause! Oh, hallo, Marke! Du bist aber früh zurück! Hast du an die Globusse gedacht? Nein, die hab ich vergessen! Naja, macht nichts! Ich hol nachher welche von der Tanke! Oh, Kassan! Fischcap Coast! Das erzählst du mir alles morgen! Ich bin nämlich gerade dabei, ein Fotoalbum zusammenzukleben! Und wenn ich jetzt aufhöre, dann verliere ich meinen kreativen Flow! Aber Fischcap Coast war grauenhaft und voller Monster! Oh, das tut mir leid! Deinem Vater scheint es in seiner Kindheit immer sehr gefallen zu haben! Du hast ihn ja nie kennengelernt, weil er sich kurz nachdem du geboren wurdest die Kugel gegeben hat! Bei seiner Diabetes hätte er echt nicht so viele Rumkugeln essen sollen! Aber warum war er überhaupt, als er klein war, ein Fischcap Coast? Na, um seine Oma zu besuchen! Deine Urgroßmutter! Oh mein Gott! Diese Goldkrone! Und ihr Gesicht! Ja, sie war potthässlich! Und ihr Schmuck auch! Na dann geh mal schlafen! Ich bastel hier noch so lange! Oh nein, ich bin mit diesen komischen Fischmonstern verwandt! Werde ich mich jetzt auch verwandeln? Hallo, Marke! Urgroßmutter? Ich habe den Säden der Götter erhalten und lebe nun ewig unter Wasser! Komm zu mir! Nein, ich bin ein Mensch und kein Fisch! Aber auch du hast den Segen der Götter in dir! Wir warten auf dich! Und zum Glück war es nur ein Traum! Hä? Was ist denn hier los? Meine Füße! Ich habe dir, als du geschlafen hast, schon mal Schwimmflossen angezogen, dann können wir morgen ganz früh ins Schwimmbad gehen, damit du in den restlichen Ferien noch Spaß hast! Oh! Danke! Oka-San! Hö, Hö, Hö... Ja, das war's wieder von den Yampardoschlampen. Wakichao und Ass wollten einfach nur Ferien in Fischköp Coast machen. Doch wer hätte gedacht, dass das ein monsterverseuchter Albtraumort ist? Zum Glück konnten sie entkommen und die Monster zurückschlagen. Aber das habt ihr ja gerade alles gesehen. Erlebt ihr auch so spannende Abenteuer in eurer Freizeit? Ha, natürlich nicht! Ihr guckt stumpfe Anime-Scheiße.